6, 7, 8, 3, 10, 11, Boah, komm her. Ich nehme jetzt einfach mal eine Karte. Da steht drauf Österreichische Olympiasieger Ski Alpin. Ich weiß einen. Dann sag ich zwei. Drei, vier, fünf. Ich traue mir acht zu sagen. Dann traue ich mich nicht zu sagen. Zwölf. Zwölf. Bitte. Okay. Also Strolz, Meier, Meier, Hirscher, Veit. So. Drei Sekunden, das dauert mir. Aber das gewinnt in dir vorher nämlich wirklich nur ein. Ein Haufen. Ja. Aber Team. Klammer. Ja. Stock. Team. Truppe. Linsberger. Wart. Wart. Jetzt bin ich nervös. Ich hab gedacht, du wärst 13 Sagen. Nein. Kinofilme. Wie viele Kinofilien uns einfallen? Ein. Zwei. Drei. Bitte. Du weißt ja keine drei. Drei, keine Ahnung. War die Biffgesäge eigentlich im Kino? Das war super. Ja, die ganzen Marvel Filme, oder? Die Avenger. Der Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3. Beide guten. Was? Beide guten. Also, einer gilt, aber zwei heißt es. From Dust Kill Down. Ähm. Passt. Aber drei ist schon gut. Ja. Dann nehme ich wieder einen Weg. Formel 1 Fahrer. Fünf. Zehn. Zehn? Ja, bist du der Bad. Dann sag ich halt elf. Ich muss einmal einen Punkt halten irgendwo. Zwölf. Passt bitte. Magnussen, Schumacher, Schumacher, Verstappen, Hamilton, Bottas, Russell, Beres, ähm, wie oder Hill hat er geheißen, oder? Niki Lauda, Gerhard Berger, äh, Wurz. Bravo. Jawohl. Das ist er. Österreichische Bundespräsidenten. Da folgen wir auch wieder drei, ja ne. Da folgen wir auch noch drei. Wie schlecht sind wir da? Die drei gibt ich wieder. Van der Bellen, Fischer, Klestil. Die drei waren mir ja eingefallen. Die letzten halt. Bravo. Aktuelle österreichische Skifahrer. Zwei. Zwei. Sechs. Sieben. Sieben, acht. Nee. Zehn. Höf. Höf. Markum. Zwölf. Dreizehn. Bitte. Und los. Meier, Grichmeier, Schwarz, Feller, Bobinski, Haser, Franz, Striedinger, Walder, Hemmelsberger, Lahnsteiner, Hütter, Dippler. Bravo. ServusTV on. Die Video und Streaming Plattform. Untertitelung. BR 2018